So, hallo alle zusammen. Heute schauen wir uns mal das neue Lego Ninjago Magazin an. Das ist die Nummer 89 und hier oben steht ja schon, wir bekommen drei Extras. J plus Nunjaku, das zähle ich jetzt mal als ein Extra, weil das ist halt die Minifigur plus die Bewaffnung. Und dazu gibt es noch eine Goldkarte und zwar die LE7 Unterwasser Sane von der Lego Ninjago Trading Card Game Serie 7. Und das alles, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Dafür habe ich hier schon mal alles aus der Folie rausgeholt, das Magazin in der Mitte und die Extras an den Seiten. Und ich würde sagen, wir schauen uns heute auch wieder als erstes mal die Extras an. Und da starten wir hier gleich mal mit der limitierten Karte Unterwasser Sane. Der hat die LE7 und Sane kommt halt hier in seinem Taucheranzug aus der aktuellen Staffel Geheimnisse der Tiefe. Er hat jetzt den höchsten Wert hier drüben im Angriff mit 110. Dazu noch einen Tempowert von 85, einen Abwehrwert von 87 und einen Powerwert von 60. Und als zweites Extra haben wir hier ja dann noch die Minifigur von Jay mit seinen Nunchakus. Und ich hole mal hier alles aus der Tüte raus, baue die Figur zusammen und dann schauen wir uns die auch mal ein bisschen genauer an. Und hier haben wir dann die aufgebaute Minifigur von Jay mit seinen Nunchakus. Und jetzt kann ich verstehen, warum die Nunchakus als extra gewertet werden. Also die sind schon sehr aufwendig gemacht worden. Wir haben ja hier einmal den goldenen Griff in der Mitte und dann die beiden goldenen Ketten an den Seiten. Die Enden, das sind dann hier so goldene Wurfsterne. Also es ist auf jeden Fall eine schöne Variante von Jay's Nunchakus, die wir so vorher auch noch nicht hatten. Und als weiteres Zubehör hat Jay noch ein Katana hier in der Katana Halterung auf dem Rücken in gelb. Also passend zu dem Bandana hier oben oder auch zu seinem Arm. Das Katana steckt dann hier in der Katana Halterung, das halt ein zusätzliches Teil ist, das zwischen Kopf und Torso steckt. Und das auch gleichzeitig hier mit dem Schulterschutz verbunden ist. Das Zubehör werde ich jetzt aber mal kurz abnehmen. Dann können wir uns den Anzug von Jay mal ein bisschen genauer anschauen. Also er trägt hier halt den neuesten Ninja-Anzug aus dem Januar 2020. Also von diesen Kurzfilmen, von diesen Core-Kurzfilmen. Und der Anzug ist natürlich hauptsächlich in blau gehalten mit dieser Zweitfarbe, eben dieses Gelb, das dann auch schon bei dem Katana eben war. Und hier hat man eben das Bandana und auch den Arm nochmal in diesem Gelb, genauso wie den Gürtel hier. Aber auch noch so ein paar Details hier auf dem Torso. Hier drüben hat man wieder dieses Viereck. Da ist ja immer ein Zeichen drin und in diesem Fall heißt dieses Zeichen dann ein J. Also der Anfangsbuchstabe dann von Jay. Und dann schauen wir uns die Figur auch nochmal von allen Seiten an. Hier sieht man halt nochmal die Maske mit dem langen Bandana. Und so sieht die Figur mal von hinten aus. Ich nehme mal kurz die Maske ab. Dann sieht man hier nämlich zum einen mal die Rückenbedruckung ein bisschen genauer. Auch hier ist dann wieder dieser weiße Kreis drauf. Da steht dann Ninja drauf. Und zum anderen sieht man dann halt noch, dass Jay auch noch ein zweites Gesicht hat. Und wenn wir uns die Figur nochmal kurz von vorne anschauen, dann sieht man das erste Gesicht auch nochmal ohne die Maske. Okay und dann blättern wir jetzt noch zusammen ein bisschen durch das Magazin durch. Hier auf der ersten Seite hat man dann wieder das Inhaltsverzeichnis. Das kennt man ja schon aus dem Ninjago Magazin. Dann kommt hier auf der nächsten Seite oder auf den nächsten beiden Seiten ein bisschen Informationen zu dem Extra, zu der Minifigur von Jay, die wir hier nochmal sehen. Mit den Nunchakos. Und hier sind halt auch noch ein paar Informationen zu den Nunchakos an sich. Und rechts hat man schon mal das erste Rätsel. Auf der nächsten Seite oder auf den nächsten beiden Seiten geht es dann weiter mit weiteren Missionen. Links einmal stressige Suchaktion und rechts einmal Kelmars Trick. Auf der Seite 8 haben wir dann die Fälschung von Kelmars Trick. Hier muss man dann eben die Fehler ankreuzen. Auf der rechten Seite hat man noch ein bisschen Werbung für das Lego Batman Magazin. Und auf der nächsten Seite, da geht das Comic los. Das werde ich natürlich auch heute wieder überblättern. Dann sind wir hier einmal auf der Seite 16. Hier haben wir dann noch eine Mission und zwar lückenhafter Brief. Und in der Heftmitte, da bekommen wir heute auch wieder zwei Poster. Die werde ich mal kurz raus trennen. Das erste Poster ist dann mal dieses hier. Geheimnisse der Tiefe. Das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Aus der aktuellen Staffel mit den Ninja hier in den Tauchanzügen links. Und Wojira-Kammer und die Unterwasserbewohner halt hier auf der rechten Seite. Und was auch noch ganz cool ist, hier sind immer so kleine Ausschnitte aus der Serie. Also so Bilder aus der Serie. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Und auf der Rückseite haben wir dann hier einmal das Poster von Cole. Allzeit bereit. Sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Cole in verschiedenen Posen halt hier. Einmal auch mit seinem Unterwasseranzug. Und einmal hier ganz normal mit seinem Haarteil und dem Bandana. Gut, dann schon mal weiter in das Magazin. Die zweite Hälfte des Comics habe ich dann auch schon wieder überblättert. Dann sind wir hier auf den Seiten 28 und 29. Hier gibt es jede Menge Informationen zur Lloyd. Auf den Seiten 30 und 31 gibt es dann Facts. Und zwar Staffelschurken im Check. Links hier zum Beispiel mit Häuptling von Marthus. Und rechts zum Beispiel dann mit Prinz Kelmer. Dann geht es auf den nächsten beiden Seiten weiter mit der Mission Blitzeis gegen Feuer Erde. Und auf der letzten Seite haben wir dann die Vorschau auf das nächste Magazin. Das erscheint dann am 14. Juni. Und da bekommen wir eine Minifigur von Cole mit einem ziemlich coolen Hammer. Also der sieht auch richtig gut aus. Hier oben sind so ein paar Gold-Elemente angebracht worden. Und er hat auch hier seinen neuen Ninja-Anzug an. Eben aus den Minifilmen, aus der Core-Staffel. Die ja im Januar 2022 gestartet ist. Und zudem gibt es auch wieder eine limitierte Karte. Und zwar die LE6. Gut, und das war es dann mal soweit von mir. Macht's alle gut. Und ciao. Ciao.